Herzlich Willkommen zu dem Tutorial, wie ihr Zeitung lesen könnt. Auf jedem iOS-Gerät, wo iOS 5 draufläuft. So, es geht in den App Store und sucht euch eine Zeitung. Ich gehe auf Top 25. Da hat es gerade eine. So, hier. Ihr braucht iOS 5, sonst geht das nicht. Weil da habt ihr keinen Zeitungskiosk. Ich gebe schnell das Passwort an, dann bin ich wieder zurück. Wenn ihr das Passwort eingegebt habt, kommt der Zeitungskiosk automatisch auf. Hier lädt er runter. Ich drücke auf Pause und wir sehen uns, wenn es fertig geladen hat. Oh, hat es schon fertig geladen. Okay, dann warten wir schnell. So, jetzt könnt ihr draufklicken. Das ist eine Schweizer Zeitung, aber spielt ja keine Rolle. Ablehend. Jetzt könnt ihr hier schön Zeitung lesen. Hier kommt jetzt ein bisschen Werbung. Das war das Tutorial. Das war das Tutorial. Das ist ganz einfach. Und bye.